Komm her! Äh, Idiot. Kannst du nicht einfach da runterfallen? Hallo Minecraft, willkommen zurück zu Skyblock. Ja, ich habe ja letzte Folge angekündigt, dass ich Skyblock erstmal beenden werde. Hm, ist halt leider so, weil das halt, ja, immer so ein bisschen auch was mit der Laune zu tun hat. Und, oh, wir haben aber einige Hühnchen hier. Und, ja, dann muss man halt ab und zu mal ein bisschen Abwechslung haben. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt noch bauen soll. Ich werde jetzt, ja genau, ich hole mir, ähm, haben wir hier noch, bauen wir. Und dann werden wir hier nochmal beim Turm weiterbauen. Und dabei natürlich dann auch noch ein paar Monster hauen. Sobald die ja angekommen sind, holen wir die einfach mal ab. So, ähm, die hier. Wichtig auch, dass wir immer die Saplings mitnehmen. Wäre ein bisschen doof, wenn uns die nachher ausgehen würden. Wachs. Du auch. Ja, ich weiß, da oben sind Blätter. Egal, Wachs. Sehr schön. Weil wir brauchen ja noch einiges an Holz. Bis wir den Turm fertig haben. So, und zack, hoch da. So, na, fast. Jetzt fehlt uns ein bisschen Holz. Na, toll. So, gucken wir mal. Das reicht natürlich nicht mehr für ganz so viele. Aber die, die wir haben, die verbauen wir jetzt natürlich. Hauen wir hier mal kurz. Ja, wir hauen. Na, ist da kaum was los hier. Und gab auch nicht wirklich was. Oh, auch Fans will ich aber nicht. Die hier will ich. Ja, immer aufpassen, dass man nicht runterfällt. Auch hier kann so ein Sturz unangenehm enden. Aber das kriegt man schon hin. Dass wir nicht runterfallen, natürlich. Aber Schande. Müssen wir nur dran denken, das Teil auch wieder aufzusammeln. Haben wir uns so teuer erarbeitet. Das war knapp. So. Wofür brauchen wir denn noch? Ja, schon noch ein paar. Zwei Stacks werden wahrscheinlich schon noch nötig sein. Ja. Also es wird irgendwann natürlich wieder einen Skyblock geben. Das habe ich ja schon gesagt. Und gerne könnt ihr mir jetzt schon Vorschläge geben, ob ich da vielleicht ein paar Mods reinpacken soll. Und wenn ja, was für welche. Also ich bin da eigentlich ganz offen. Ich denke, ja, so vielleicht acht, neun Mods. Oder maximal zehn Mods. Mehr will ich eigentlich nicht reinmachen. Aber auch das kann ja interessant werden. Nehme ich mal an. Ich habe noch nicht mit Modpack hier gespielt. Aber das muss eigentlich recht cool sein. ich werde mir dann die Modpacks einzeln angucken und mir dann was einfach selber zusammenstellen. was zum Beispiel ein cooler Mod wäre, wäre ähm ja, theoretisch könnte man Biom Suplenty drauf machen. Na, wir haben halt wenig Erde. Aber es gibt ein Modpack, da kann man ähm Fässer machen und dann Kompost also aus Blättern. Den haben wir ja auch im Crashlandings drin. Und dann kann man sich da neue Erde herstellen. Also das wäre vielleicht ein Modpack, äh was da sehr cool wäre bei Skyblock. Wir gehen jetzt erstmal gleich noch ein neues Werkzeug machen. Weil bringt es ja nicht, wenn man da jetzt beim nächsten Baum anfangen und dann gleich die Hacke kaputt geht. Also ja, genau das, ähm ich weiß gar nicht wie das jetzt genau heißt. Ich glaube irgendwas mit N. Aber das kann ich ja dann beim Crashlandings nachgucken. Das könnte ich mir ganz gut als Ergänzung vorstellen. Ähm was denn noch? Ähm Ja, Technik eigentlich weniger. Irgendwas, was noch ja andere Blöcke mit reinbringt damit man besser bauen kann. Also schöner. Hi, wachs jetzt. Hallo du musst wachsen. Ah, jetzt. 20 20 Bonemeals später. Ja, ich weiß auch noch nicht wie viel Folgen ich jetzt wirklich noch mache. Ob das jetzt schon die letzte ist? Hm. Ist jetzt Folge 29? Wenn ich mich recht erinnere. Wäre eigentlich, äh noch nicht Zeit, oder? Soll ich bei einer Rundenzahl aufhören? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich glaube, das werde ich machen. Weil es, äh, ja, ist glaube ich einfach ein bisschen interessanter, wenn ich da dann so noch einen Abschluss machen kann. Muss mal gucken, was ich da dann mache. Ob ich da irgendwas in die Luft jagge, oder ob ich einfach alles hier so stehen lasse? Komm her. Komm. Komm her. Komm her. Idiot. Kannst du nicht einfach da runterfallen? Mann. Okay. Hat sich erledigt. Ähm, halt, warte, ich wollte eigentlich... Ne, ich wollte, äh, Bone Mehl holen. Also Bones. Um die Bäume dann nochmal anzupflanzen. So. Oh, die brauchen so lange. Ich glaube, das liegt daran, dass da irgendwo Laub im Weg ist. Und dann denkt sich der Baum, nö, jetzt nicht. So. Gewachsen. Was macht der hier? Der sagt auch, nö, jetzt nicht, oder wie? So, machen wir halt hier ein bisschen Kahlschlag. Gut. Und dann können wir hier noch die drei Bäume abholzen. Und ich glaube, dann habe ich schon genug erstmal wieder. Also ich will euch auf jeden Fall noch zeigen, wie der Turm am Ende aussieht. Das heißt, wenn wir das in der Folge jetzt nicht schaffen, dann muss ich ja wohl noch eine aufnehmen. Und dann werde ich mir überlegen, was ich hier als Abschluss mache. so, 18 haben wir nochmal gemacht. So, ich brauche erstmal Sticks. So, so. Mach uns mal. Ich so. Und dann machen wir das noch so. Und dann haben wir hier fast zwei Sticks. Das ist schon mal schön. Und jetzt los hier. Enderman. What the fuck? Na, da ist er. Oder einer. Ich weiß ja gar nicht, ob das derselbe ist. Ja, jetzt geht doch mal weg hier. Ich will eigentlich gar nicht euch hauen. Ich will hier weiter bauen. So. Geht ja ruck zuck eigentlich. Was ein bisschen nur nervig ist bei Skyblock, aber das ist halt... What the fuck? Da ist einer rausgekommen. Ähm. Das ist aber ein bisschen ungeschickt. Hoffentlich findet er den Weg hier nicht zu mir her. Oder war das nur verbuggt? Gucken wir mal. Ich hoffe mal, es war nur ein Bug. Sonst haben wir hier jetzt ein Zombie rumrennen. Es sieht so aus, als sei es ein Bug gewesen. Dann bin ich ja zufrieden. Okay. Nur ein Bug. Dann, äh, gehen wir nochmal hoch. Hopp, 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 hopp viel mehr. Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass wir wirklich so viel Zeug bauen. Was ist denn da unten? Ich würde ja gerne zur Zeit irgendwelches Zeug rumliegen. Aber wir haben schon ziemlich viel geschafft. Jetzt haben wir mal die hier nochmal und hoffen mal, dass da kein Oh, eine Goldrüstung. Das wäre natürlich nochmal toll, wenn wir da eine Gold Amor kriegen. Ja, nix war's. Und nix haben wir gekriegt. Aber dann muss noch ein Zombie sein. Da ist er. Hatte der sich versteckt, als ich der unten war? Komisch. So, drei Bögen haben wir gekriegt. Das ist ja prächtig. Die brauchen wir auch unbedingt. Oh Gott. Habe ich so viele davon, die kann man eigentlich wegwerfen. So, ich zeige euch jetzt nochmal schnell, wie das hier aussieht. Da ist schon noch ein paar Bäumsche pflanzen. So, oh Gott, da brauche ich noch Oh Gott. Vier Stacks brauche ich minimum. Ja, die werde ich mir machen bis zum nächsten Mal und dann in der nächsten Folge werde ich das Häuschen da oben fertigstellen. Das sind ein Haufen Hühner. Das gibt's gar nicht. Gehen wir mal noch Eier sammeln. Ist ja schon fast wieder Ostern. Haha. Nein, das ist es natürlich nicht. Da kam nichts raus. Ja, ähm, also nächste Folge ist vielleicht die letzte. Wer weiß das schon so genau. Und dann werde ich das Türmchen fertig bauen. Jo. Und dann geht's beide. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mein Kroft